Will man das Neobe Denkmal besuchen, muss man einmal von Süd nach Nord über die Ostseeinsel Fehmarn fahren. Das Denkmal erinnert an das 1913 gebaute und seit 1921 im Dienst der Reichsmarine fahrende Segelschulschiff Niobe. Am 26. Juli 1932 kenterte die Dreimastbark in einer unvorhersehbaren Gewitterböe, einer sogenannten Weißenböe, und sank innerhalb weniger Minuten, ca. 8000 Meter vor der Küste von Fehmarn. Von den 109 Menschen an Bord fanden 69 den Tod, von denen 50 zum Teil erst nach der Bergung des Schiffes im August 1932 geborgen werden konnten. 19 Besatzungsmitglieder blieben auf See. Nach Abschluss der Untersuchungen wurde die Niobe 1933 vor der Pommerschen Küste auf Höhe von Stolp-Münde, dem heutigen polnischen Uska, durch einen Torpedoschuss versenkt. Das Niobe-Denkmal zur Erinnerung an das tragische Ereignis befindet sich am Strand von Gammendorf auf Höhe des Untergangsorts. Es besteht aus einem Gedenkstein mit Inschrift, auf dessen Sockel eine Bronzetafel angebracht ist. Deren Sinsspruch, es ist nicht nötig, dass ich lebe, wohl aber, dass ich meine Pflicht tue, ist heute mehr als umstritten. Hinter dem Gedenkstein steht ein Schiffsmast, der durch die Ra im oberen Teil auch als großes Kreuz gedeutet werden kann. Blick zum Fährhafen Puttgarden. Untertitelung des ZDF, 2020 Bei meinem Besuch lag am Strand unweit des Denkmals ein großes totes Tier, das die herbeigerufene örtliche Polizei als Schweinswahl identifizierte und abtransportieren ließ. Untertitelung des ZDF, 2020 Bei meinem Besuch lag am Strand unweit des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 geschieht! Vielen Dank.